Weiter geht's mit Assassin's Creed Rogue! Ich will hier alles vorbereiten, dass ich hier einen Teil der Stadt übernehmen kann und so, ne? Das heißt hier Karte freischalten Und, äh, Bande übernehmen Und hier hab ich nicht wieder so viele Probleme wie da auf diesem einen Ding da, bei der letzten Bande Zu viel zu leicht, sag ich da nur Das hier ist jetzt, glaub ich, mittel Machen wir schon mal sinken WUSCH! Malte, ey! Sie werden ja auch ganz oben sein müssen, ey! Wo ist da unten? Da geht's am schnellsten, nach unten Das ist bestimmt schon Terminal, Velocity und so Oh, da gibt's wieder der Assassin zum Töten Geil! Äh, Quartier, Quartier, da lang Da lang Äh, Verräter? Verräter mag ich gar nicht Verräter kann ich nicht leiden Ich bin allergischer Verräter Ja Na, kommt schon Lauf gut Du liegst mir hier zu gefährlich Deswegen lege ich dich Hier hin Und schlaf für immer Trotzdem ist man ein bisschen länger Oh, der hat einen Muni Mal gucken, irgendwo hier Mal gucken, irgendwo hier Kann ich dich jetzt wirklich daraus töten? Okay That worked Das hat funktioniert Das hat irgendwie funktioniert Äh, du Verräter, du! Äh, du Verräter, du! Ich bin doch geil, wie die weiterhin getötet werden Obwohl du schon längst beim nächsten bist Läuft die ganze Sache noch durch Ich denke doch nicht dran Denn everything is awesome Dann everything is awesome Dann everything is awesome Das wollte ich eigentlich machen Surrender? Ich denke doch nicht dran Ich dachte, ich hätte nachgeladen Ich dachte, ich hätte nachgeladen Ich dachte, ich hätte schon nachgeladen Ich hätte nachgeladen Na, jetzt aber Halt! Nop! Stopp! Lass uns ein Wunsch, Dolce War zwar nicht so, wie ich wollte, wollte ich ihn erschießen, aber hey, es hat funktioniert. So, meins. Oh, wir haben was zum Upgraden. Mit wie viel denn, wie viel Rohstoffe, was ist gerade, ich kann ja richtig sehen. Okay, 100 Steine, 60, 10, kann ich mir leisten. Kann ich mir leisten. Ich kann dich mir leisten. Das ist ein Lego-The-Movie-Game, ey. Das ist ein Lego-The-Movie-Game, ey. Das scheint, everything is awesome. Das Ding ist ein Ohrwurm, ey. Wow, also so langsam, äh, kriegen wir schon gut Geld, ne? Ne? Also so langsam... Vor allem sind wir hier besser durchgekommen, als bei anderen. ressoren. .. .. .. .. .. .. Ich bin aus dem Weg Wo bist du? Ach da oben Blöde Kuh Oh no you don't Ach die hauen sich voll wieder gegenseitig Soll mir recht sein Haut ihr euch voll wieder gegenseitig Soll mir recht sein Soll ich mir sogar sehr recht sein Was haben wir denn hier? Was ist das hier für eine Fabrik? Da gehen wir doch bestimmt nochmal rein oder? In die Fabrik da Chironimo Los Geld Gucken Apropos Geld Wie sieht es hiermit aus? Das Das Kann ich mir auch noch leisten Gut Hier ist dann Thomas das Kreuz Und die Ascinen Und dann wird der Part wahrscheinlich auch schon wieder unten sein Und ich fühle mich schon wieder als hätte ich nichts geschafft in dem Part Obwohl das gar nicht stimmt Wie immer wenn wir in der Hauptstory nicht weiterkommen in dem Part fühle ich mich als hätte ich nichts geschafft Aber neben Stuff muss eben auch GETAN WERDE ALTER! Geht mir langsam auf den Keks, wisst ihr das? Soll ich halt immer nachladen Könnte helfen Gehen? Okay, wo bist du? Hä? Ich verstehe nicht Ja, wir haben euch eigentlich schon gezeigt wie die Dinger hier funktionieren Ich finde das richtig geil Geil, ne? Ich finde das Hammer Wie die funktionieren Soll mich in Ruhe lassen, ey Ja Ihr wollt uns beim Aufbau dieser schönen Stadt helfen? Jo! Immer doch! Wenn's mir Kohle bringt, immer doch! Guck'n jetzt hier hoch Da seh' ich schon das Kreuz Und erst ziehen Ok, Kreuz ist hier Kreuz, Kreuz, Kreuz Und jetzt lass uns wieder mal ein paar Sassinen töten Schöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ich bin sooo.. ein Baus, ne? Ich glaub's gar nicht, wie sehr ich ein Baus bin. Ich schaff es nicht mehr, lange zu nähern, verkacken aber die richtige Tasse zu drücken. Pfff... Hmmmm... Wo seid ihr Assassinen? Da seh ich einen. Jetzt das ist Bravier! Blut! Ähm, wie soll ich schon zwei getötet, obwohl ich erst einen umgerannt habe? Oh mein Gott! Okay... Ich habe zwei getötet, obwohl ich nur einen umgerannt habe. Ja... Wie ist er denn in dem Bereich hier? Bevor ich mich hier dumm und dämlich mache, gehe ich jetzt rein aus ihm. Mal hier gucken. Hier werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Da wird es hier viel verwinkelt. Wahrscheinlich alle oben, ne? Auf Häusern oder so. Auf den Dächern. Na klar sind sie jetzt. Die Nasser sieben. Grüßens auf den Dächern. Was denn sonst? Was denn sonst... Ah Planet aka... machenst! So knapp leider wird er gescheitert am Bos... Stop you! Aber ich muss zum Ziel Seid versichert, ich wehre mich, Dummkopf Ach, geh sterben! Ihr wollt mein Leben? Kommt und holt es euch! Geh sterben, Junge Ihr wollt mein Leben? Kommt und holt es euch! Das ist ja gut Aua, 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 Aua Seid versichert, ich wehre mich, Dummkopf All die Mühe um mein Leben zu bedrohen, nur zu ihm sollte es zu Ende Wie? Schießt noch einer? Weil der verpennt oder was? Der irgendwie verpennt oder so? Ja, so long Du mich auch Du mich auch, ne? Ja Hm, schön ist dadurch, dass ich jetzt schon in der Mission bin Weil die nächste Story-Mission war irgendwie so mit dem hier mehr oder weniger übereinstimmt Das heißt, es könnte sein, dass irgendwas hier mit zu tun hat Aber dadurch, dass ich jetzt in der Mission drin bin Kann ich hier sinken ohne irgendwas anderes auszulösen? Ja fail das versuchen wir gleich nochmal das war fail so viel dazu ne wie scusi das ist doch irgendwie verpennt und so ne macht doch gar nichts aus der pustkuchen macht nichts aus ach diesmal nicht nicht verdrückt auch noch bestimmt hier oben auf dächern die haben sich gar nicht äh positionen geändert na dann weiß ich ja noch wo am meisten sind du warst hier der thundis war da oben die thundas war die thundas war Tullus, wo bist du? Ach, war wahrscheinlich auf der anderen Seite. Für sie! Ich da, nix da! Doch da! Alles Gute kommt von hinten! Ich hab's fast geschafft! Ich hab's fast geschafft! Ich hab's fast geschafft! Okay, wie, wo, was und überhaupt hat das jetzt funktioniert? Ich habe keinen Plan, wie das jetzt... Und alles und überhaupt und... Ich war ja nur, äh... Hm? Ich versteh's nicht! Versteh nicht, wie das jetzt funktioniert hat! Hm... Naja... Voller Mond! Luna! Naja, Video war frei! Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder! Bis dahin! See ya, Leute! Tschüss! Tja! Tja!